Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone mit dem Dübel Detlef und natürlich das Abenteuer geht weiter. So, die Turmspitze mussten wir uns noch kaufen. Das letzte Abenteuer kommt jetzt und es geht los. Ich habe mich schon darauf gefreut, bis ich natürlich die 700 eingespielt hatte. Hat es ein kleines bisschen gedauert. Aber, das machen wir. Genauso ist unser Auftrag und das machen wir natürlich. Arans Schemen, endlich in der Turmspitze. Doch dieser Geist ist ganz und gar nicht in Feierlaune. Was gibt es denn jetzt hier eigentlich Schönes? Oh, Drachen, das ist immer gut. Ja, 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 ja. Nehmen wir sehr gerne mit. Und Sophia wird es wieder richten. Gucken wir mal. Fülle den Whirlpool. Mach mal vorher das Ding. Arans Schemen. Ja, damit lässt sich arbeiten auf jeden Fall. Gut, der Gruhl hätte es nicht sein müssen, aber... Plus drei, ehrlich? Das ist ja hart. Ich bin kein einfacher Hochladen. Ich bin Nielas Aran. Mhm. Das ist ja schön für dich. Braucht ihr Feuer? Ja, das war's. Brennt ihr Ruhesteuer! Shit. Wenn ein Feind angreift, erleiden alle anderen Feinde fünf Schaden. Alter Schwalter, ey. Dann natürlich auch ein paar Krapfen, ne? Da kommt einer noch. Zum Glück. Hm, warum hat das nicht anders von mir spielt? Das war ein bisschen dumm. Jetzt bin ich nicht mehr einsturm. Ansturm und Spot. Schon wieder ein Geheimnis. Ah, gut. Ach, das war's. Für die Gnome! Das war's. Für die Gnome! Tja, ich hab' natürlich auch ein paar gute Zauber, die richtig viel Schaden machen. Mein Gnome hat geladen. Neun Schaden. Neun. Krass. Ist das so richtig? Der Meister ist sehr mächtig, aber ich habe meine eigenen Kräfte. Das kann ich natürlich nicht gleich angreifen. Ich habe noch ein bisschen Dings gespielt gehabt, ein bisschen Kartenchaos und da kann man ja immer gleich angreifen. Aber das war machbar. Ich würde sagen, es war machbar, es hat auch Spaß gemacht. Aber natürlich, die nächste Runde ruft auch schon, wieder ein paar Karten bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder besser in der nächsten Runde. Macht's gut, tschüssi, schönen Tag euch.